Okay, ernst bleiben, ist eine ernste Sache hier. Es geht um einen Staubsauger. Ich kriege so viele Anfragen von euch zu dem Hühler, ob ihr den bei mir kaufen könnt. Okay, das ist ziemlich schnell eskaliert. Eigentlich hatten wir nur ein paar kritische Fragen. Dann hat diese Person hier ihre Insta-Bio geändert und das vermeintlich harmlose Wort BÄSCHTE rausgelöscht. Zufall? Ich glaube nicht. Könnte aber auch Zufall sein, ehrlich gesagt. Aber wir glauben in diesem Fall nicht. Nachdem wir ihr dann noch eine persönliche Anfrage geschickt haben, war dann das ganze Insta-Profil auf privat gestellt. Vielleicht haben wir da auch einen wunden Punkt getroffen. Problem, dass wir uns schon längst eingesneakt hatten. Wir haben schon längst alles gescreenshottet. Leute, wenn wir euch anfragen sollten, macht euch keine Mühe. Lasst einfach alles so, wie es ist. Das wird richtig unangenehm, let's go. Eigentlich wollten wir es doch wirklich nur verstehen. Denn Isabeau hatte einfach mal wieder ein super Angebot für uns. Wie, das ist ein Haarstyler. Äh, nee, das war letztes Jahr. Dieses Jahr gibt es was ganz Neues, und zwar einen Staubsauger. Für 2.000 Euro. Und da steht man dann natürlich mal wieder vor der sehr schwierigen Entscheidung. Kaufe ich mir jetzt diesen Haarstyler oder kaufe ich meinem Kind eine Babywiegel? Föhn oder Babywiegel. Das ist wirklich so geil einfach. Was würdest du nehmen, Marlene? Natürlich den Föhn. Und dieses Mal geht die Entscheidung natürlich an einen Staubsauger, der auf gar keinen Fall so genannt werden will. Wir vergleichen uns nicht mit herkömmlichen Staubsaugern, da das Fila-Komplettsystem etwas ganz anderes ist. Es ist ein Luft- und Raumreinigungsgerät. So ein geiles Produkt. Ich bin mir übrigens persönlich sicher, dass ich das Wort Staubsauger auch auf der Website gelesen hab. Deshalb werde ich ab jetzt auch Staubsauger sagen. Ooooooh! Wir haben ein patentiertes Luft- und Raumreinigungssystem. Ist fast eine Weltneuheit. Aber was haben wir dann davon? Wir hätten es auch nicht gedacht, aber für dieses Video haben wir uns auf die Spur gemacht. Nach dem Staub. Hi, wir sind offen und ehrlich. Wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet bitte den Hashtag Saugteuer in die Kommentare. Wir schalten direkt mal weiter zu Marlene. Oh Gott, Marlene, ich glaub, wir haben dich an die Staubsaugerindustrie verloren. Ja, Robert, ich sag dir, es ist einfach bestes Luft- und Raumreinigungsgerät. Zumindest war das meine Recherchemission, bevor Isabeau es aus ihrer Insta-Bio gelöscht hat. Aber du weißt ja, wie's ist. Wir lassen uns nicht abbringen. Wenn man uns einmal auf ein Thema angesetzt hat, dann bleiben wir hartnäckig. Isabeau ist ja nicht die Einzige, bei der sich auf magische Art und Weise die Insta-Bio geändert hat. Ja, bei der hier ist zum Beispiel auch die weltweit beste Luft- und Raumreinigung degradiert worden zur Luft- und Raumreinigung. So hab ich mich auch bei meiner Zeugnisausgabe gefühlt. Bei meiner letzten bin ich auch degradiert worden vom weltweit besten Schüler zum Schüler. Okay. Aber wir haben dich locker gelassen und wollten mal genauer wissen. Sie hatte leider keine Zeit. Zu viel zu tun, Hashtag Staubsauger-Vertreterin. Aber wir haben sie ja nicht nur offiziell als offen und ehrlich angefragt, sondern auch mal ganz anonym und undercover. Wie hast du geheißen, Marlene, als du anonym angefragt hast bei Isabeau? Sag's mal, sag's mal laut. Sag's mal für alle. Leila Koch. Ich sag's jetzt ganz ehrlich, es ist richtig schwer, sich irgendeinen coolen Synonym-Namen so zu überlegen. Leila Koch. Okay, ernst bleiben, ist ne ernste Sache hier. Es geht um Staubsauger. Leila Koch hat Isabeau eine Nachricht geschrieben. Was hat Leila Koch denn geschrieben? Hallo, liebe Isar. Wie viel kostet denn der Hühler Ära? Ich würd den supergern für meine Allergie ausprobieren. Grüße. Und hat Leila ne Antwort bekommen? Leila ist auch ohne Antwort geblieben. Sie hat zu viel zu tun auf Madeira, da geht einfach die Post ab. Wir gehen's ganz ruhig an. Dann, Marlene, ist unsere Recherche an dieser Stelle also beendet. Wir haben alles getan, was wir hätten tun können. Und ich geh nach Hause. Genau. Ja, ciao. Nein! Wir haben versucht rauszufinden, was diesen Staubsauger ... Also, ehrlich gesagt nicht, weil wir so großes Interesse haben, uns einen Staubsauger zu kaufen und wahrscheinlich ihr genauso wenig, aber wir fanden es einfach irgendwie witzig. Einfach mal im Staubsauger-Business nachzurecherchieren. Sag mal, was macht den denn so gut? Also, zum Ersten, er hat keinen Beutel, sondern einen Wassertank. Das ist mein Ding! Und dazu kommt auch noch, während du staubsaugst, wäscht der gleichzeitig zu 30 Prozent deine Luft mit. Das klingt doch schon so gesund. Ja, Mensch, zu 30 Prozent. Nicht 40, nicht 20, genau 30 Prozent. Ist doch völlig egal, 30, 40, 50. Dein Atmen wird zum Erlebnis, Robert. Und das ist es einfach wert. Und du hast nicht nur die Natur zu Hause. Hühler ist Natur. Ich mein, wer verbindet solche Geräusche denn nicht direkt mit Natur? Okay, Prinzip der Natur. Dürfte ich dich an dieser Stelle einmal fragen, Marlene, warum jetzt genau? Weil Wasser Natur ist und du holst dir das Wasser, ich weiß keine Ahnung, Robert, ich weiß es doch selber nicht. Ich habe mir letztens eine Doku angeguckt über diese Staubsauger. Da haben sie halt gezeigt, dass das halt einfach so ein Ding ist, was Vertreterinnen und Vertreter von so Staubsaugern total gut vorführen können, dass die halt so einen Wassertank haben. Weil das halt für viele Leute erst mal so ein Ding ist, das ist so krass ein Wassertank. Ich zeig euch das mal. Und das ist so eine Suppe da drin. Das ist so widerlich, ich hätte da nie gerechnet. Jetzt würde mich aber dennoch dann, ich komme noch mal auf den Punkt zurück, brennend interessieren, was macht denn dieses Gerät nun zum Besten? Ja, also, nachdem Isabeau uns ja so eiskalt weggeghostet hat, haben wir direkt bei der Filma nachgefragt. Eiskalt weggeghostet ist auch ein geiler Ausdruck für sie. Sie hat halt einfach nicht geantwortet. Das klingt ja auch wie ein geiler Song. Du hast mich eiskalt weggeghostet. Nachdem Isabeau uns da so eiskalt weggeghostet hat, haben wir mal bei der Filma direkt nachgefragt und haben mit dem Chef gesprochen. Und der hat uns gesagt, für ihn persönlich ist es auf jeden Fall das beste Produkt der Welt. Da gibt's nur ein klitzekleines Problem. Sie haben den Staubsauger gar nicht mit anderen Staubsaugern verglichen. Aber ich hab ein Interview von ihm gesehen, wo er dann noch sagt, man muss ja eigentlich sein Produkt mit anderen vergleichen, um die Vorteile den Kunden schmackhaft zu machen. Ich zeig den Menschen auch selber, was der Vorteil zu unserem Produkt ist. Wir sind nicht ein reiner Staubsauger, sondern ein Luft- und Raumreinigungssystem. Ich merke schon, Sie sind dabei, mir Ihren Staubsauger zu verkaufen. Ganz klar. In Ihrer Antwort-Mail haben Sie uns aber noch mal bestätigt, wir vergleichen uns nicht mit herkömmlichen Staubsaugern, da das Hühler-Komplettsystem etwas ganz anderes ist. Das wundert mich jetzt deshalb ein bisschen, weil auf den ganzen Webseiten und Influencer-Seiten, da geizen Sie ja nicht mit Superlativen. Also da steht dann zum Beispiel, es ist eines der gesündesten Raumreinigungssysteme, die es gibt weltweit. Wir haben das beste Produkt, was es auf dem Markt gibt. Und das suggeriert ja. Das muss ja auch andere, also man muss es ja vergleichen. Ich sage ja auch nicht, ich bin eins bester Schüler der Schule. Ich habe mich jetzt nicht mit anderen verglichen, aber ich finde... Was tun wir immer für Sachen, wenn sie aus deiner Schule sagt, erzählen! Zu der Aussage auf der Website wollte uns die Firma noch ein Statement schicken. Wir blenden das an dieser Stelle ein, präsentiert von Raphael. Wir haben Sie ja gefragt, wie so eine Aussage zustande kommen kann, wenn überhaupt keine Vergleichsstudien vorliegen. Und auf die Aussage gesündeste haben Sie uns jetzt nicht geantwortet. Aber vielleicht wollten Sie einfach nochmal klarstellen, dass Sie die geilsten sind. Schüler hat uns auf jeden Fall geantwortet. Im Bereich Separatorengeräte sind wir in Europa klarer Marktführer. Weltweit sind wir ein Bestandteil der besten zwei Geräte dieser Art. Beste zwei, meine Interpretation. Vielleicht sind Sie die zweitbesten eher. Also sonst würde man vielleicht sagen, wir sind das Beste. Aber wir wollen uns da nicht zu weit aus dem Fenster legen. Auf jeden Fall schreiben Sie weiter. Wir haben uns hier in den Vergleich zu anderen Separatorensystemen gestellt. Und aus den Stückzahlen heraus haben wir diese Aussage getroffen. Also aus dieser Aussage wäre ich nicht so wirklich schlau, weil im Vergleich zu die Leistung haben Sie uns jetzt nicht geschickt. Für uns klingt das so, als wenn Sie sagen, wir haben viel verkauft, deswegen sind wir gut. Das beste Produkt, was es auf dem Markt gibt. Und auch mit den Influencer-Aussagen haben wir Sie mal konfrontiert. Ja, da haben Sie uns leider nichts schriftlich gegeben, aber Sie haben uns am Telefon gesagt, dass solche Aussagen auf jeden Fall die ganz persönliche und ehrliche Meinung von diesen Influencern ist. Sie werden in Zukunft darauf achten, dass die Influencer dazu sagen, dass es Ihre persönliche Meinung ist. Der Vollständigkeit halber, weil wir nicht wieder Post vom Anwalt bekommen wollen, wollen wir auch nochmal sagen, was denn dieses Gerät tatsächlich auszeichnet, was offenbar andere Geräte nicht können. Da hat uns die Staubsaugerfirma, die Multifunktions-Luft-Raumreinigungsgerätefirma, hat uns da ein paar Punkte geschickt. Marlene, ich würde dich jetzt bitten, das einfach einmal so ein bisschen, so Homeshopping-mäßig. Ich nehm einfach meine Notizen und lese es ab. Das Ding filtert mit Wasser. Und zwar nur mit Wasser. Es ist ein Multifunktionsprodukt. Das ist gar nicht heiß, das kann nicht viel. Ja. Der dritte, letzte Punkt, es hat einen einzigartigen Separator eingebaut. Bitte frag mich einfach nicht, was das ist. Und Sie haben noch ein Patent angemeldet. Ja gut, das lassen wir mal so stehen. Jetzt wollten wir trotzdem aber nochmal zwei Fakten checken, weil wir gesagt haben, wir müssen noch irgendwie was Handfestes noch irgendwie euch liefern, dass Sie sagen können, guck mal, das hab ich gelernt. Und da haben wir zwei Fakten gefunden, die wir interessant fanden. Einmal 80 Prozent weniger Hausstaub und 99,9 Prozent gereinigte Luft. Bei den 80 Prozent sagt ja irgendwie auch Isabeau, nach vier bis sechs Wochen Hühlern reduziert sich dein Staub um 80 Prozent. Da wüsste ich doch schon mal gerne, 80 Prozent von was. Das haben wir dann auch gefragt. Und da hieß es dann, nur auf unsere Frage hin, ob sich das jetzt auf andere Staubsauger bezieht, wurde uns nur gesagt, das sind halt 80 Prozent weniger als davor, meine Güte. Nachdem wir dann jetzt diese 80 Prozent schon so vorzüglich aufgeklärt haben, würde mich jetzt noch interessieren, wo die 99,9 Prozent herkommen. Denn das ist ja auch schon mal eine krasse Zahl, sagen die auch in der Werbung. Mit einer speziellen Geysir-Technik wird Luft des Raumes angesaugt und hinten kommen 99,9 Prozent frisch gewaschene Luft aus dem Hühler heraus. 99,9 Prozent frisch gewaschene Luft. Klingt doch schon mal sehr sauber. Ja, zu diesem Wert hat uns die Firma übrigens auch eine Studie mitgeschickt, die diesen Wert belegt. Und sie meinten auch, alle Zahlen, die da irgendwo rumschwören im Hühler-Universe, wurden auch durch Studien belegt. Und da wir dich ja scheinbar so ein bisschen an die Staubsaugerindustrie verloren haben, nachdem du hier eben schon so begeistert die Hühler-Fakten präsentiert hast, haben wir mal unsere seriöse Faktencheckerin Luisa, die ja vor einem Jahr schon unsere Akne-Därm-Video gecheckt hat, haben wir sie mal angesetzt und mal gefragt, Luisa, erklär uns doch mal 99,9 Prozent Luft. Also 99,9 Prozent steht hier, ne? Und das scheint auch zu stimmen, das sind dann irgendwie Hautschuppen, Katzenhaare, Brotkrümel oder Staub, der so durch die Luft fliegt. Aber das Ding ist, das können halt andere Staubsauger auch. Und Luftreiniger sowieso. Ist also ein bisschen läppsch da mitzuwerben. Und ich würde ja auch mal sagen, da bleiben noch 0,1 Prozent übrig. Was ist denn damit? Habe ich hier einmal kurz kombiniert, die Zahl. Darüber habe ich mich durch den Experten in den Dschungel telefoniert und ich habe gesprochen mit einem Allergologen, einer Ärztin, einem Professor für technischen Infektionsschutz und Dr. Winkens. Der ist nämlich Umweltingenieur und testet seit circa 30 Jahren verschiedene Staubsauger und Luftreiniger. Und der sagt nämlich, dass diese 0,1 Prozent, dass das so kleine Miniteilchen sind, die man mit einem Wasserfilter halt einfach gar nicht aus der Luft bekommt. So rein physikalisch nicht. Also wenn du sagst Wasserfilter, meinst du halt Wasser oder wie? Ja, also mit einem Filter, der halt einfach nur mit Wasser arbeitet. Wenn man nass abscheidend arbeitet, ist gerade bei den feinsten kleinen Partikeln ist die Abscheidung physikalisch irgendwann nicht mehr möglich. Damit haben wir wieder mal konfrontiert. Was habt ihr denn genau geschrieben, liebe Luisa? Unser Experte hat uns gesagt, dass Wasserfilter nur bis zu einem gewissen Grad Stoffe filtern können. Beispielsweise gibt es Stoffe, die nicht wasserlöslich sind und daher nicht im Wasser gebunden werden. Auch der Separator kommt laut unseres Experten irgendwann an die Grenzen der Physik, wenn die Teilchen zu klein werden. Er redet von der lungengängigen Fraktion PM1. PM1, das muss man wissen, ist ein ganz kleipzig kleines Teilchen. Und was hat die Firma darauf geantwortet? Die haben uns gesagt, Leute, vergesst mal PM1. Wir können sogar PM0,1. Die sind noch zehnmal kleiner als die kleinsten Teilchen hier. Und pass auf, da haben die uns nämlich gesagt, natürlich gibt es Stoffe wie Arizona-Wüstensand oder... Wer hat da noch nicht Arizona-Wüstensand? Wobei, man hat ja immer so diese Wetterlagen, wo dann so Wüstensand tatsächlich irgendwie ins Wohnzimmer rieselt. Natürlich gibt es Stoffe wie Arizona-Wüstensand oder mineralische Stäube, die sich mit Wasser nicht binden lassen. Auf den zweiten Teil einzugehen, die Grenzen der Physik, sind bei den Wissenschaftlern, die unser Produkt getestet haben, sogar bis 0,1 gemessen worden. Im Anhang finden sie die Auswertung. Die Grenzen der Physik sind einmal gemessen worden. Ich bin sehr gespannt. Dann öffne doch mal bitte den Anhang, Luisa. Ich hoffe, Sie haben uns kein Virus geschickt. Nee, nee, das filtern die bestimmt. Die haben uns nämlich eine Studie geschickt. Hier, so. Bei dieser Studie handelt es sich um so eine virtuelle Simulation, aber da ist so ein kleines, aber feines Detail. Darin steht nämlich folgendes. Aufgrund des Mangels an zusätzlichen Daten zur Filtrationseffizienz des Systems wird von einer idealen Leistung ausgegangen. Was bedeutet, dass der gesamte vom Abscheider aufgefangene Staub entfernt wird und keine Partikel auf der Rückseite des Geräts wieder austreten. Das heißt also, nochmal kurz übersetzt, für alle, die sich nicht seit zwei Monaten mit Staubsaugern beschäftigen und ein bisschen wahnsinnig im Kopf geworden sind, dass sie jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Teilchen alle in den Staubsauger reingesaugt werden und dann auch da drin bleiben. Was man aber wohl bei so kleinen Teilchen nicht automatisch sagen kann, da geht halt auch wieder ein bisschen was raus in die Luft. Also das hat uns unser Experte auch nochmal so bestätigt. Diese Studie arbeitet quasi einfach nur damit, wie sich denn die Partikel dann verhalten würden, wenn die denn alle in dem Gerät blieben. Aber das heißt, wir sind aus dieser Studie jetzt halt nicht so richtig schlau geworden. Wir haben ja noch eine zweite Studie bekommen. Was ist die Aussage von dieser Studie? Die Studie sagt halt so ein bisschen, okay, bei den größeren Teilchen, also bei diesen hier, da schneidet die eigentlich ganz gut ab. Da schaffen die 99,9997%. 99997% sogar, Luisa. Wir wollen hier ja zu 100% korrekt sein und nicht zu 99,9999. Wenn es dann aber um so diese mittelgrößeren Teilchen geht, dann sind sie nur noch bei so über 80%. Und wenn es dann aber um die Kleinen hier geht, ja, da steht dann halt einfach mal leider gar nichts mehr im Fazit drin. Okay, Luisa, unsere Recherchemission war es ja, herauszufinden, warum dieses Gerät das beste Gerät ist. Also zumindest laut Meinung von Isabeau, laut ihrer privatpersönlichen Meinung, haben wir das rausgefunden? Naja, wir haben auf jeden Fall rausgefunden, er wird richtig viel verkauft. Und laut der Firma sind die Kunden auch supi zufrieden. Robert, was willst du mehr? Und Isabeau findet ihn halt auch klasse, aber das ist ja jetzt ihre ganz persönliche Meinung. Beziehungsweise es war ihre persönliche Meinung, ist ja jetzt weg, ne? Robert? Robert? Hier kommt gerade Breaking News rein. Ja, bitte. Isabeau hat schon wieder neuen Staubsauger für sich entdeckt. Ist einfach eine dicke Empfehlung, es ist so eine große Unterstützung im Haushalt und wir lieben unseren kleinen Robby, er saugt und wischt. Hey Marlene, du hast doch auch einen kleinen Robby. Ja, ich hab dich, Robert. Du bist mein kleiner, kleiner Robby. Möchtest du denn jetzt abschließend noch unsere Katze ansagen? Ja, sehr, sehr gerne. Hier kommt noch eine ganz süße Katze, außerdem ein Video vom Y-Kollektiv, die haben das Schneeballsystem in WhatsApp-Gruppen genauer unter die Lupe genommen und unser erstes Video zu Isabeau, da hatte sie nämlich einen Fake-Shop beworben. Ja, sama. Ja, super.